Toolmaker präsentiert DirectHelp, die einzige Software, die Handbücher und Online-Bedienerhilfen für iSeries Anwendungen automatisch generiert. Und das alles per Knopfdruck. Einfach, schnell und vollständig. DirectHelp erstellt ein komplettes Handbuch und eine feldbezogene Bedienerhilfe für jede Anwendung. Handbuch und Bedienerhilfe sind immer identisch. Einfach. Bereits vorhandene iSeries Hilfetexte werden automatisch in das Handbuch und in die neue Bedienerhilfe übernommen. Schnell. DirectHelp überprüft alle Sourcen, die zur Anwendung gehören und macht sie hilfetauglich. Es sind keine Programmierkenntnisse nötig. Vollständig. In den nächsten paar Minuten sehen Sie, wie leicht Sie mit DirectHelp Handbuch und Bedienerhilfe für eine komplette Anwendung erstellen. Drei einfache Schritte bringen Sie ans Ziel. Erster Schritt. Eine Anwendung erstellen. Zweiter Schritt. Die Sourcen zu dieser Anwendung in der Konfiguration eintragen. Dritter Schritt. Starten Sie die Funktion Full Auto mit Auswahl 1. Das ist alles. Den Rest macht DirectHelp. Während DirectHelp das Handbuch sichtbar erstellt, erweitert es im Hintergrund die Programme. Die geänderten Sourcen werden automatisch kompiliert, damit die Online-Hilfe angezeigt wird, wenn ein Benutzer die Hilfe-Taste drückt. Das heißt, wenn die Fertigmeldung erscheint, ist das Handbuch fertig, ist die Hilfe fertig, sind die Programme fertig. Sehen wir uns das Ergebnis an. Zunächst werfen wir einen Blick auf das neu erstellte Benutzerhandbuch. Es wurde im Microsoft Word Format erstellt und kann entsprechend Ihren Corporate Design Vorgaben frei gestaltet werden. Es verfügt über alle Elemente, die ein modernes Handbuch haben sollte. Ein komplettes Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln, Unterkapiteln und aktiver Verlinkung zum Inhalt. Eine Einleitung und genügend Platz für die Beschreibung Ihrer Prozesse. Einzelne Kapitel, die dem Aufbau Ihrer Programmquellen entsprechen. Screenshots, sprich Hardcopys, zu jeder Maske der Anwendung, auch grafische Oberflächen werden unterstützt, Beschreibung der Auswahlmöglichkeiten, der verwendeten Funktionstasten, der Eingabefelder und ein umfangreiches Stichwortverzeichnis. Zurück zu den Eingabefeldern. DirectHelp kann natürlich keine Texte und Erklärungen erfinden, um Ihre Programme und Felder zu beschreiben. Wenn in Ihren bestehenden Anwendungen keine Hilfetexte enthalten sind, die DirectHelp übernehmen könnte, ergänzen Sie oder ein erfahrener Anwender die Texte im Handbuch. Mit einem Knopfdruck wird der entsprechende Hilfetext aktualisiert. Und diese Ergänzungen können Sie im laufenden Betrieb vornehmen. Als nächstes starten wir die Anwendung. Drücken Sie die Hilfetaste und schon kommt die Hilfe. Je nachdem, was in der Konfiguration eingerichtet wurde, erscheint die Hilfe im Windows- oder HTML-Format, wenn Sie wollen auch im UIM-Format. Egal welches Format Sie wählen, der Text ist immer identisch mit dem Handbuch. Auch Differenzen sind ausgeschlossen. Im Rahmen dieser Demo können wir leider nicht alle Features vorführen. Gerne beantworten wir Ihre Fragen oder zeigen Ihnen DirectHelp in einer Online-Demo. Wenn Sie möchten, gerne auch mit Ihren eigenen Sourcen. Toolmaker – Advanced Efficiency Toolkestone Und sie können Sie diesen Nachr pretty easy finden, Vielen Dank.